Und was war das? Ein früheres Opernhaus? Monticello, Monticello, hier stelle ich das Herz von der Kleinstadt. Ohne Flagge geht hier gar nichts. Ich glaube eher, dass das hier das ehemalige Opernhaus und das ist was anderes, was wir eben gesehen haben. Alte Polizei Auto, also echt cool. Die 40er Jahre würde ich so rein gefühlsmäßig sagen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Holzhäuschen, wie man das auch im Sandsteingebirge oder im Harz finden könnte. Auch absolut typisch. Wahrscheinlich noch ein Veteran.